dann bin ich auch wieder zurück mit der neuen folge unturned ja und ich baue hier schon fleißig die fenster ein ich glaube ich noch noch vier stück dann ist zumindest schon mal so grob nach außen zu hier ne weil da ist schon zu da schon zu da schon zu jetzt brauche ich nur noch zwei wände guck mal da mache ich mir doch hier mal eben guck mal so ne guck mal mache ich mir so ein paar piller ne so dann haust du hier rein in der haust da rein und dann habe ich hier so voll drei wände so ne und haus den da rein und dann habe ich nichts mehr scheiße die da da muss das hin dankeschön jetzt habe ich alles verbaut scheiße egal ich mache da mal dieses dix rauskommt da wird das wirklich richtig viel mehr an gewicht eigentlich stehe ich nicht so ganz aber egal und jetzt habe ich keine planks mehr hier vorne ne und mir noch noch ach quatsch egal ich brauche ja nur noch diese zwei dinger hier glaube ich ne ok kraft all jetzt habe ich die türen jetzt kraft all dann habe ich doch die fenster so als habe ich eins zu viel egal sagt was kann ich vielleicht hier drüben auch noch einsetzen so hier drauf das wäre auch noch ganz schön da muss wirklich ne ding ins hin doch als ich das hier so im ernst eine plattform drauf muss oder ich würde jetzt so gern hier noch einfach eine mauer drüber wollen dass das hier dann auch so eine halle wird wie mache ich das jetzt am geschicktesten ich glaube ich mache einfach hier eine plattform drauf ich kann ja später wieder entfernen wenn die halle groß genug und hoch genug ist so plattform kann ich die nicht hier dann ansetzen da oben ist noch keine drauf ich brauche hier sowieso noch komplett platforms für ein dach also das wird auch noch mal was hier ne so hallo ok plattform da mache ich mal eben schnell die vier stück die ich habe die kann ich auch direkt versetzen so jetzt habe ich hier oben natürlich den doofen busch mit drin aber egal dafür ist das so glaube ich schon ganz sexy finde ich ok ich brauchte für die foundations jede menge davon ne für die platforms meine ich natürlich dann kann ich noch ein bisschen holz gehen die anderen sachen hier lassen sooo was haben wir hier und ich könnte noch fällt mir gerade auf dieses fenster hier in noch so ein garagen ding umwandeln und das direkt hier rein stellen damit er doch alles hier seine richtigkeit hat ne so was haben wir denn hier noch da haben wir noch ein ganz klein bisschen was so ich hebe das mal alles auf und schmeiße erst mal hier rein ach die kann ich doch direkt verkraften so schon habe ich noch zwei stück und desto mehr ich hier lasse desto mehr kann ich gleich auch tragen noch ne so aber ich hätte die plates gar nicht verkraften brauchen wir die brauche ich ja eigentlich aber hier hinten liegt ja noch ein wenig holz von meiner letzten farmaktion wie flamier noch arg war noch 49 das kann ich alles mitnehmen bis auf zwei ja geil das ist ja toll dann machen wir das doch so ich lasse das hier hebt das wieder auf nehme dafür noch diese boards und das cross mit dann noch die hier dass das und das hier habe ich doch schon mal gut mitbekommen statt dem einen kleinen stack holz da so was war denn hier noch so schönes bei die verkrafte ich schon mal so zack die linie noch vorne die ganzen cross ist die vorhin gemacht habe so auf dauer wäre so ein bisschen mehr stacheldraht auch geil fände ich total cool wenn alles voller stacheldraht wäre also das nehmen wir mal okay ich lege ja schon das holz ab dann hebe ich hier den scheiß auf ey das ist auch eine wix funktion ja das gibt's doch nicht das hierhin ich muss erst noch dinger machen erst noch bretter machen so hier diese plates meine ich natürlich so 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 und so und dann habe ich auch schon platforms vier stück okay dann kann ich eigentlich erst mal die hier lassen alle die sticks muss ich verkraften ich brauche noch support beams ich brauche noch welche von den crosses so 28 cross ist okay das sollte genügen dann brauche ich jetzt noch hier das hier hast du jetzt hier hingeschmissen natürlich so da muss ich jetzt noch machen genau ich muss eigentlich doch nur hallo dass dahin diese plates machen komm her du brett so da haben wir die plates die crosses und schon habe ich 14 plattformen so das weg das hier rein machen wir noch welche dann müsste ich eigentlich genug haben mit 19 würde ich jetzt mal hoffen okay das können wir wieder aufheben alles kommen auf einmal keiner das weißt du egal so dass wir hier hinten liegen noch mal 17 das lasse ich hier das lasse ich hier und hier schmeiße ich noch das hin und das nehme ich aber mit und platziere gleich schon mal direkt so eine plattform brauche ich jetzt hier nicht aber hier sind so duster ne wieso habe ich eigentlich meinen helm nicht auf ich hole mal nacht sich gerät dann kann man hier auch was sehen in dieser finstersten aller dieser mutter der nächte ja es ist so dunkel hier so dunkel oh gott ok ähm wo haben wir den denn hier den geilen helm so also ich hatte den noch eigentlich irgendwo da ist er doch so zack und schon haben wir licht und ich hatte doch hier noch diese foundations drin die nehme ich auch mal mit denn dann kann ich vielleicht jetzt gleich hier eben äh hier mal gucken wie sich das ausgeht so nicht also dass man hier quasi dazu bauen würde nicht wieso geht das hier nicht dran das geht nur von innen ne so und dann hier vielleicht einfach quer durch obwohl das geht ja nicht ne egal machen wir einfach so hier kommt eine mauer hin wie könnte man das hier noch zubauen hier vernünftig so ohne dass scheiße aussieht weil das ist auch schon gefällt mir nicht so jetzt so und dann tor wegreißen ne das ist auch nicht die lösung egal das war jetzt blöd dass ich ihn da platziert habe aber ich lasse das erstmal da und mache mir da mal später gedanken zu nicht so jetzt haben wir doch hier die foundation die die plattform jetzt sehe ich hier auch mal zur abwechslung was das ist ja toll ähm wo habe ich sie liegen fünf zwei da ja so das hier zu 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 ja ich muss hier ja schon eine machen die kommt zwar wieder weg aber ich muss hier leider trotzdem eine machen ne so und so kann ich jetzt glaube ich ohne die ganzen pillars hier auch eine reihe setzen wie viel habe ich noch noch zwölf damit könnte ich ne ganz hinkommen glaube ich nicht da muss ich werde ich wohl noch ein paar craften müssen ne auf keinen fall noch neun noch acht sieben sechs fünf vier drei ne ich mache jetzt erstmal hier so ein bisschen die mitte zu damit man so ein bisschen gefühl dafür bekommt wie es später denn dann aussehen könnte wenn man denn was sehen könnte im moment so zack wie viel habe ich noch noch vier stück okay hier eine hin hier eine hin mache ich jetzt erstmal den äußeren rand fertig so und hier brauche ich jetzt noch eins also eins zwei stück nur noch is that for real man okay hier mache ich dann auch die schönen brüstungen natürlich hin ne man soll ja hier nicht runterfallen arbeitsschutz hat immer priorität ne so platforms platforms woraus bestanden nochmal hier draus und daraus und ich nehme das hier und dann mache ich knall ich halt hier so voll rein dann nehmen wir doch mal hier noch so ein paar von diesen crosses die ich schon gerade gemacht habe schmeißt das board hier rein macht er aus plates nehmen wir das boden cross schmeißt es hier drauf und schon habe ich fünf wurden platforms ja alles in einem satz okay dann mal ab hier rauf kann ich die vielleicht von hier unten setzen das ist natürlich super awesome geht das perfekt so und schon habe ich hier meine halle fertig wo ich meine autos reinpacken kann ja wolle das ist doch geil hör mal so ich muss auf jeden fall hier ein hoch bauen damit ich will ja eigentlich da drauf komme ich nicht von dem turm aus da drauf aber ich brauche auch noch pillars habe ich denn noch normales holz hier irgendwo dann rumfliegen nein egal ich lasse das jetzt erstmal hier hole noch das holz von hinten damit es ein bisschen action lastig noch weiter gehen kann hier die craft session die bau session und dann werde ich natürlich noch schnell wo das das apc drin ist den raum ausbauen was haben wir jetzt hier noch gehabt noch mal sticks sehr gut ist hier noch was an holz ich gucke jetzt noch mal alles ab ob ich hier irgendwas gebrauchen kann stein wurden cross das stein kram stein kram nix okay dann liegt hier auch wahrscheinlich nix gutes mehr das kann ich im laufen schon mal verkraften so dann muss ich jetzt genau überlegen was ich habe weil so viele ressourcen habe ich jetzt nicht mehr ich habe auch keinen bock hier im dunkeln gleich sägen zu gehen so null antrieb sorry aber komme ich vielleicht hier so hoch so komme ich schon mal nicht hoch ach jetzt kann er nicht springen weil er so eine muschi ist weißt du das gibt es nicht alter vater ist das nervig ja so spring da hoch spring da hoch ok er hat es geschafft dann kann ich jetzt hier oben schon mal anfangen so support beams zu craften und dann so ein paar pillars zu craften so sechs stück ich brauche eigentlich nur für diesen bereich hier eins zwei drei vier fünf aber hier merke ich gerade muss ich auch noch eine plattform setzen glaube ich denn sonst kriegt die wand hier nicht rein äh so und da soll doch auch noch einer hin kriege ich nicht da drauf ne weil hier keine plattform ist so eine scheiße ey egal dann widmen wir uns doch mal den plattforms wieder erstmal mache ich jetzt das hier zu sticks und und hier so 15 stück zu sticks von so da draus die weg zu support beams verkraftet so oh ne 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 so viele pillars brauche ich nicht die wollte ich auch gar nicht machen ursprünglich ich wollte ja eigentlich plates machen dann brauche ich hier noch wooden crosses aber davon habe ich doch eigentlich noch voll viele ne so die platzieren wir jetzt hier schon mal geht das kriegt die hier irgendwie platziert leider nicht weil da ein dingens fehlt okay dann werde ich halt diesen pillar hier noch opfern und setzen so wurden plattformen da drauf geklatscht und jetzt kann ich schön hier dran okay ich guck mal was ich an wooden crosses noch habe ich muss jetzt nicht das falsche hier irgendwie verkraften guck mal acht stück habe ich noch das schmeißen wir hier hin die dahin und schon haben wir wieder nochmal fünf stück so und ich glaube so viele brauche ich auch gar nicht da müssen ja eigentlich nur na zehn elf stück sein ach ne jetzt zehn ach guck mal lol sind nur Sekunde mal wie breit ist das ist das zwei oder drei breit zwei breit also sechs stück brauchte ich ja nur obwohl ja doch da kommt jetzt ne dingens drauf ne treppe äh quatsch ne treppe da kommt ne wand rein ja das ist auch schon mal sexy hier jetzt muss ich nur noch wo ist die kettensäge das hier weg sägen ne tut mir leid dass ich das jetzt hier entfernen muss aber in jeder folge muss ein bisschen gesägt werden weil anders hätte ich das jetzt hier auch nicht lösen können sag ich mal ne okay los flieg mir im ohrn du blöde decke du ey als ob du irgendwas kannst hier mach alter alter mach doch je ich könnte schon wieder so weißt du das dauert voll lange es dauert einfach ewig trinke halt noch einen schluck aber nur aus trotz so dankeschön das ist schon mal weg ähm jetzt muss ich eine plattform aber eigentlich krass geht das nicht weil da das ding hier ist oder was das auto anscheinend okay dann fahr ich den mal kurz vor so wo hab ich jetzt die plattform da jetzt kann ich sie wahrscheinlich dahin stellen ne nein warum nicht ich hätte doch direkt ah ne so doch muss ich ja und dann kann ich hier oben noch einen Pillar drauf stellen alles klar äh so und so dann hab ich schon mal noch diesen einen Pillar der dann da drauf soll kann ich hier drauf springen? ne ne noch ein Stück nach hinten so dann kann ich nämlich jetzt gleich von dem Auto na okay vielleicht doch noch ein Stück weiter nach hinten so der fährt immer so lahm man denkt das ist irgendwie schneller zumindest geht es mir immer so okay endlich Ziel erreicht Pillar gesetzt okay Pillar so dann kann ich jetzt Wände craften so runter hier und mal gucken ob das ganze das noch hergibt weil sonst werde ich das nächste mal okay davon habe ich noch ordentlich was Bretter habe ich auch noch ein paar ja da kann ich zumindest schon mal ein paar Wände von machen noch so Pillar okay sechs Wände habe ich schon mal mach ich den da mal für welche rein also ein paar Fenster müssen auf jeden Fall noch aber ich nehme das erstmal mit gucken mal was ich setzen will das ist ja nur zwei breit ich glaube ich mache nur da hinten zwei so Fenster rein nach vorne gar keine und hierüber auch nicht so Crafting äh hallo so so die Wunders da rein dann habe ich zwei Fenster die kommen jetzt direkt hier hinten rein so da drauf ne und ach scheiße da muss ich noch eine Plattform für machen ähm okay das machen wir zu die machen wir zu so die machen wir auch zu jetzt habe ich noch eine und ich glaube ach scheiße hätte ich mal grad die Plattform noch nicht abgerissen nein jetzt muss ich hier noch wieder eine stellen um die zu bauen so ne Ficker kann ich da nicht hier dran ausrichten? ne geht auch nicht toll super ja super hör mal das hat sich ja richtig gelohnt hör mal das lasse ich einfach offen ne oder mach ich das zu ne ich mach das zu so das gefällt mir besser ähm okay dann brauche ich jetzt noch Plattforms habe ich denn dafür noch ein paar Bretter ich glaube fast nicht ich glaube was hat denn hier wo eine Plattform äh äh schalalala so ähm also hier muss eine Plattform hin leider und hier leider auch dran ja komm ich fahr dir mal eben ein bisschen raus hier den den Van den Super Bulli so Plattform Equip okay dann brauche ich kann ich jetzt das Fenster noch platzieren so dann komme ich hier hoch hopp 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 so okay Fenster platziert und ich würde sagen ne ich verabschiede mich von euch sag jetzt hier eben noch die beiden äh äh die beiden Plattforms raus und wir sehen uns wie gewohnt morgen wieder haut rein tschüss